In den nächsten gut 15 Minuten ist hier bei uns wieder Tipps- und Trendszeit. Dazu von meiner Seite Hallo und herzlich willkommen. Ja, in keinem anderen Land der Erde gibt es eine solche Vielfalt an Brot wie hier bei uns in Deutschland. Mit über 300 Sorten Brot. Dabei ist nicht mal Kleingebäck wie ein Brötchen oder eine Breze eingerechnet. Die Bäckerei Speiser hat seit vielen Jahren einen hervorragenden Ruf, wenn es um die Qualität ihrer Backwaren geht. Die Backstube in Kempten ist jetzt größer und neu. Wir haben die Backstube kurz nach Inbetriebnahme für Sie besucht. Morgens um 4 Uhr in der neuen Backstube der Bäckerei Speiser herrscht bereits seit Stunden Hochbetrieb. Die Kapazitäten hier sind etwa doppelt so hoch im Vergleich zur bisherigen Backstube. Was jedoch gleich bleibt ist, dass nach wie vor direkt auf heißem Stein gebacken wird. Und das aus guten Gründen. Die Brezeln werden bei uns auf Stein gebacken, weil wir den Aluminiumgehalt in der Breze nicht wollen. Der oft entsteht, wenn Brezeln auf Aluminium gebacken werden. Und der Laugenstein, der auf dem Steinofen entsteht, durch die Lauge der Brezel den unverwechselbaren Geschmack gibt. Ein weiterer Pluspunkt, das Gebäck ist saftiger und schmeckt dadurch besser. Die Qualität fest im Blick hat man bei Speiser aber bereits vor dem Backen. Praktisch alle Zutaten kommen aus der Region. Und auf vorgefertigte Mischungen verzichtet man hier völlig. Wir haben in den letzten Jahren komplett umgestellt, dass wir alles selber mischen. Unsere ganzen Kornmischungen und so werden alle von uns selber nach eigenen Rezepten gemischt, über Tage verbeulen und eingeweicht. Wir machen auch kochende Brühstücke, damit wir die Saftigkeit im Gebäck durch hohe Wasseraufnahme gewährleisten und dann eben die Gebäcke länger frisch bleiben. Und das gilt nicht nur für die fast schon legendären Brezen oder den neuen Kemptner Leib, sondern für alle Backwaren der Bäckerei Speise. Das Wort Hypnose ruft bei vielen von uns ein eher ungutes Gefühl hervor. Hypnose kann aber auch dort wirken, wo Medikamente und klassische Behandlungsformen nicht hinkommen. Ein erfahrener Hypnotherapeut kann zum Beispiel eine Hilfe bei der Bewältigung von Ängsten und beim Ablegen schlechter Gewohnheiten sein. So wie Tobias Kunert in Kempten, der schon einigen Allgäuern helfen konnte. Mitten in der Kemptener Innenstadt ist die Praxis von Tobias Kunert. Er ist Hypnotiseur und kann oftmals Menschen dabei unterstützen, sich von ihren schlechten Angewohnheiten zu befreien. Hypnose kann überall da helfen, wo wir mit dem Verstand nicht weiterkommen oder uns der innere Schweinehund im Weg steht. Also wenn wir zum Beispiel wissen, wir sollten nicht mehr essen, wir können es aber trotzdem nicht lassen. Wenn wir wissen, Rauchen ist schädlich, wir können trotzdem nicht aufhören. Wenn wir wissen, dass bestimmte Ängste nicht nötig sind, aber immer in den Situationen treten sie dann auf. Das heißt, alles was wir mit dem Verstand wissen, aber das Unterbewusstsein Programme ausführt in bestimmten Situationen, da setzt die Hypnose an und kann Programme von jetzt auf gleich wirklich umprogrammieren. Es ist ein total entspannter Zustand, in dem man sich auch sehr wohl fühlt. Angst, dabei keine Kontrolle mehr über sich zu haben, braucht man nicht zu haben. Auch unter Hypnose bekommt man alles um sich herum mit. Neu von Tobias Kunert ist eine individuell erstellte Morgenhypnose. Verändert hat sich an meinem Tag der Einstieg in den Tag. Dass du einfach nicht mehr so aufstehst, schon wieder arbeiten, sondern du stehst auf und bist eigentlich sofort da. Heute hast du bestimmt wieder Bock zum Joggen und dann gehe ich joggen, obwohl ich gar keinen Bock habe. Ich mache meinen Becker aus, haue mir die Kopfhörer drauf und ich höre mir das an und dann starte ich in meinen Tag. Ich bin fokussiert und ich weiß, was ich erreichen will und ich ziehe durch. Mehr Infos gibt es unter www.lebensupdate.de Das Laufen ist ein natürlicher Bestandteil unseres Lebens und der Laufsport hat sich in den letzten Jahren immer mehr zum Volkssport entwickelt. Mit Laufsport Sauckel in Kempten gibt es einen Laufsport Spezialisten, der mit modernsten Analysetechniken den richtigen Schuh für Sie findet und Ihnen einfach alles rund um den Laufsport bietet. Und ob Anfänger oder auch Profi, auch zur Trainingsgestaltung erhalten Sie hier immer wertvolle Tipps. Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Dieses Zitat von Emil Zattopäck könnte auch das Motto sein von Laufsport Sauckel in der Kemptener Innenstadt. Dort steht den Laufexperten ein neues Hilfsmittel zur Verfügung, mit dem sich Fuß- und Bewegungsapparat der Kunden hochpräzise vermessen lassen. Die Ergebnisse sind Grundlage für eine hochindividuelle Schuh- und Laufberatung. Im Gegensatz zu anderen Messsystemen haben wir hier eine dynamische Druckmessung. Das heißt, der Kunde muss mehrfach mit dem linken und rechten Fuß über die Druckmessplatte gehen. Und aufgrund dieser Messung können wir dann Rückschlüsse ziehen auf die Druckverteilung im Fuß, auf eventuelle Fehlstellungen. Wir berücksichtigen auch die Beinachse und ziehen daraus wieder Rückschlüsse auf die entsprechende Schuhversorgung, auf eine eventuelle Einlagenversorgung, die dann wiederum eine Komfortverbesserung schafft. Und das Ganze bieten wir als Serviceleistung an, die dann auch nichts zusätzlich kostet. Neben dem passenden Schuh gehört sowohl für Wanderer als auch Laufsportler natürlich die richtige Bekleidung, ebenfalls zu einer kompletten Ausstattung. Und auch hier findet man bei Sauckel immer eine große Auswahl hochwertiger Markenhersteller. Gerade fürs Lauftraining von großer Wichtigkeit ist eine Pulsuhr. Sie hilft Sportlern bei der richtigen Trainingssteuerung. Und in jeder Situation immer den Durchblick zu haben, hat auch noch niemandem geschadet. All das und vieles mehr rund ums Laufen findet man ebenfalls hier bei Laufsport Sauckel nahe der Fußgängerzone in Kempten. Bleiben wir sportlich und gehen ins Fitnessstudio. Denn manchmal ist es ja gar nicht so einfach, seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Da bietet sich ein Fitnessstudio wie das Clever Fit in Kaufbeuren an. Denn hier setzt man nicht nur auf persönliche Beratung und individuelle Trainingspläne. Hier gibt es auch zahlreiche Kurse, die in der Gruppe so richtig Spaß machen. Individuelles Training und wechselnde, spannende Programme. Das erwartet jeden, der das Fitnessstudio Clever Fit in Kaufbeuren besucht. Ganz egal ob harter Muskelsport, Ausdauertraining, Gesundheit und Entspannung nach dem Sport oder ungestörte Fitness im Frauenbereich. Die Atmosphäre bei uns im Studio ist sehr familiär. Wir sind zwar eine große Kette. Clever Fit hat über 350 Studios in Deutschland. Aber nachdem die Chefs bei uns noch sehr oft selber mit im Studio sind, ist es ein betreibergeführtes Studio. Und dementsprechend bei uns ist das Mitglied nicht irgendeine Nummer, sondern wir legen Wert darauf, dass wir unsere Mitglieder individuell betreuen. Das zeichnet uns, denke ich, aus. Daher stehen im Clever Fit rund um die Uhr die auf den aktuellsten Stand ausgebildeten Trainer mit Rat und Tat zur Seite. Trainingspläne werden für jeden individuell auf das eigene Ziel und die persönlichen Stärken und Schwächen angepasst. So ist das Training auch mit gesundheitlichen Herausforderungen oder Körperbehinderungen möglich. Physiotherapie, Massagen, Wellnessprogramme und eine ständig wachsende Anzahl an Kursen für das freie Training kompletieren das Angebot. Beliebte Klassiker im Clever Fit sind beispielsweise das High-Intensity Interval Training oder das Power-Yoga. Modern, offen und vor allem individuell. Das ist das Fitnessstudio Clever Fit in Kaufbeuren. Bei uns hier im Allgäu gibt es sie noch, gemütliche Gasthöfe, in denen gute und traditionelle Küche angeboten wird. Der Gasthof zum Hirsch in Sulzberg ist so ein Beispiel. Bei Familie Schultes legt man Wert auf regionale Zutaten sowie eine freundliche und familiäre Atmosphäre. Gute zehn Autominuten von Kempten entfernt ist der Gasthof zum Hirsch eine beliebte Raststation für Einheimische und Gäste. Gründe dafür gibt es genügend. Das sind zum Beispiel die idyllische Lage, die vielen Parkplätze am Haus oder das gemütliche Ambiente in der Gaststube. Für Privat- oder Firmenfeiern gibt es außerdem mehrere Nebenzimmer oder auch einen großen Saal für bis zu 300 Personen. Besonders beliebt im Sommer, der ruhig gelegene Biergarten hinterm Haus. Was ganz Besonderes bei uns ist unser Mittagstisch an Werktagen. Gut, schnell und günstig. Wir haben jeden Tag zwei verschiedene Gerichte zum Einheitspreis. Und ganz besonders achten wir einfach auf die Geschwindigkeit, weil die Gäste, die die Mittagspause bei uns verbringen, denen ist Zeit einfach wichtig. Und deshalb ist unser Essen spätestens in einer Viertelstunde am Tisch. Wenn nicht, dann müssen die Gäste nur die Hälfte bezahlen. Und Stammgäste sammeln dann auch noch Punkte. Dann gibt es das elfte Essen gratis. Qualität und Frische. Bei diesen Punkten macht Küchenchef Hubert Schultes keine Kompromisse. Und er legt auch größten Wert auf die Herkunft der Produkte. Das Fleisch beispielsweise bezieht er von einem Metzger in Ronsberg. Gäste mit Lebensmittelallergien oder Unverträglichkeiten können sich hier auch unbeschwert bewirten lassen. Hubert Schultes kennt praktisch jeden Inhaltsstoff seiner Gerichte aus dem FF. Ideale Voraussetzungen also, dass jeder Gast sein Essen genießen kann. Hier im Gasthof zum Hirsch in Sulzberg. Gerade jetzt in der dunkleren Jahreszeit steigt auch wieder die Einbruchsgefahr. Deshalb ist es nie falsch, sein Zuhause so gut es geht vor Einbrechern zu schützen. Ein Familienunternehmen, das sich genau darauf spezialisiert hat, ist die Firma Siegfried Liebherr. Ihr Fachgeschäft in Kempten mit einem breiten Angebot an Schlüsseln, Schlössern oder auch Schließanlagen. Siegfried Liebherr, Ihr zertifizierter Fachmann für Sicherheitstechnik und Einbruchschutz. Uns gibt es jetzt seit 25 Jahren, seit 10 Jahren hier am Rosenauberg in Kempten. Wir sind spezialisiert auf Haussicherungen, mechanische, sind auch im Richternachweis des Landeskriminalamtes gelistet. Wir fahren vor Ort zu unseren Kundschaften und beraten sie vor Ort. Natürlich wird auch im Geschäft selbst jeder Kunde persönlich und kompetent beraten. Abheben tut uns der Eintag im Errichterkatalog und vor allen Dingen unsere langjährige Erfahrung, Seriosität und Kompetenz. Wir wissen über dies Bescheid, was wir auch montieren. Bei Siegfried Liebherr wird auf hochwertige Ware gesetzt. Und in der Werkstatt kann den Kunden gleich gezeigt werden, wie einbruchunsicher viele Fenster sind. Weil wir eben den Kunden beraten wollen und ihm dann eine Sicherheit geben, was die Haustüren anbelangt. Fenster und Türen sollte er sich auf jeden Fall sichern lassen, weil der Einbruch bis zu 80 Prozent über Terrassentüren, Balkontüren oder Fenster gilt. Aber nicht nur in Sicherheitsfragen ist Siegfried Liebherr ein kompetenter Ansprechpartner. Wir beten eigentlich allen Service rund ums Haus an. Die Visitenkarte eines Hauses ist ja quasi der Eingangsbereich und da bieten wir alles an. Briefkästen, Beschilderungen, Türbeschläge und wir haben den Vollservice mir von der Beratung bis zur Montage vor Ort. Mit der MyClickCard oder auch der dazugehörigen App erhalten Sie in vielen Geschäften und Restaurants der Region, aber auch bei vielen Veranstaltern kostenlos Extras und Vergünstigungen. Es lohnt sich also auf alle Fälle mal etwas genauer nach dem Zeichen der MyClickCard zu schauen. Wer in der Allgäu-Bodensee-Region unterwegs ist, sollte bei der nächsten Shopping-Tour nach diesem Zeichen suchen. Denn das bedeutet, dass dieser Einzelhändler Teil des MyClickCard-Bonus-Programms ist. Einfach die Karte oder auch die kostenlose App vor Ort zeigen und schon kann man einen der vielen Vorteile, die die Karte bietet, genießen. Ganz klassisch Rabatt, beispielsweise 5 oder 10 Prozent, je nachdem, was das Unternehmen uns bzw. den Leuten, die die Karte besitzen, dann angeboten hat. Mit der Karte kann man aber nicht nur beim Einkaufen wertvolle Vergünstigungen erhalten. Also im Freizeitbereich kann es durchaus sein, dass man, wenn man in einer größeren Gruppe kommt, dass man da einen Gruppenrabatt bekommt. Also, dass beispielsweise jemand umsonst reinkommt. Oder es gibt ein Essen günstiger oder ein Getränk zum Essen dazu. Also da haben wir viele Kunden, die viele verschiedene Sachen anbieten. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie welchen Vorteil genießen können. Ziel der Karte ist es, den Einzelhandel der Region zu fördern und die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal hier zu unseren Tipps und Trends.